Hallo und herzlich willkommen zur 360. Folge The Western Front Armies. Wir spielen OKW und wir spielen mit zwei anderen OKW und einem Wehrmacht-Spieler zusammen. Wehrmacht ist BW Angelos und OKW ist Drew Vitez Franzetic. Mit ihm habe ich eben schon ein Spiel gespielt. Allerdings, naja, das ist jetzt nicht unbedingt ansehenswert gewesen. Da sind insgesamt, wie viele Leute sind ausgegangen? Fünf. Ja, fünf Leute sind ausgegangen. Das war irgendwie ein bisschen ja, dann haben wir noch Cario Cardo Ruedo und da müssen wir mal gucken, ob wir das zusammen hinbekommen, weil wir haben dreimal USA und einmal Soviet und zwar einmal den Shame oder so. Oder X-Hane als Sowjet, wie gesagt. Und dann noch dreimal USA, Adrooks, 28, Remington, mit dem haben wir auch das letzte Spiel gespielt. Also der war auch schon Gegner. Und naja, der war halt auch irgendwie der letzte, der drin geblieben ist von den Gegnern. Und dann haben wir noch Narcasi. So. Wir haben auch schon den Kommando Panther gewählt. Also das ist quasi unser Ziel. Und da sind auch schon die ersten Gegners. Da haben wir so ein paar Etappen. Stimmt, das wollte ich gerade schon sagen. Etappenkopf. Da ist denn hier, hier. So und ich bin gerade echt am berügeln. Okay. Wie wir jetzt weitermachen. Er will hier aufbauen. Das passt mir persönlich nicht ganz. Ich möchte ja hier so. So. Ich muss mich nochmal in die Deckung begeben. Geh mal da hin. Ihr seid diejenigen, die jetzt... Oh, wobei. Schwimmt hier einfach mal. Jetzt sind wir erstmal... Also hat mich zum Übermacht. Abababababababababababababababababababababababababababababababababababababab. Ich bin halt in Ordnung, perfekte Ballad. Ja, jetzt müssen wir selber auch begeben. Aber... uin...です geht's besser als ihm. Muhaha. Granade war zwar noch echt bitter und feuer. Für uns, aber ich glaube trotzdem, dass das okay war. So. Dann wollen wir mal rüber. Das muss jetzt erstmal reichen. Erst einmal. Ah, ja, nee, wir müssen auch noch nachrüsten. Hey. Hey. Naja. Müssen wir das halt. So. Die können ja eigentlich mal dahin. Da ist ja schon was. Wir sind ja bald fertig. So. Joa. Was machen wir denn jetzt? Sparen wir jetzt noch ein bisschen. Wir fahren mit den einen Armin ganz schön auf den Arsch gehauen. Ich mir das mal gerade so überlege. Zwei Etappentrupps, die ich erwischt. Aber beide seiner normalen Truppen. So, komm. Oh, er nimmt es noch wieder. Mutig, mutig. Okay, seine Etappentrupps, die die überlebt haben. Da müssen wir ja wohl doch noch mal hin. Ist ja im Moment auch Ruhe. Oh, hier geht die Party. Verstehe. Er will in den Treibstoff nehmen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was das wird. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Da können wir was reißen. Ihr habt ja eure Rakete gleich. Schon. Ich weiß, was du willst. Das ist nicht gesehen. Das will aber auch gerade nicht so ganz, so wie ich mir das vorstelle. Das ist ein bisschen viel. Genauso wie hier. Das war jetzt wirklich, wenn er sich zurückgekämpft. Das war jetzt gut von ihm. Da können wir noch mal was holen. Boah. Und schon. Schafft ihr das? Er mit seinen Granaten, ne? Ah, diesmal hast du uns nicht damit erwischt. Aller Einheit bestätigt. Rückzugsposition zu spät gesetzt. Äh. Gut, das war nicht ganz optimal. Ja, gut. Wir müssen jetzt eh mal ein bisschen Manpower sparen, sehe ich gerade. Sonst werden wir da nicht viel bauen können. Ja. Ein paar Sekunden noch. Jetzt nicht. Die Pioniere melden sich zum Dienst. Hätte man die Pioniere vielleicht noch mal lassen sollen. Egal. Man muss ja auch noch fahren. So. So, so, so. Können wir sogar echt noch weiter rüber müssen. Ach, scheiß drauf. Wir haben das jetzt lange genug da drüben gehalten. in den Standort. Los. Ja, wobei. Einmal nochmal probieren, das einzunehmen. Das wäre schon okay. So. Wie sieht's aus? Wir können's bauen. So, wir setzen das mal hier hin. Auch sehr riskant. Muss man ja mal sagen. So, weiter geht's. Weiter geht's. Hier ist auch nichts. Können wir mal eine Mine hier legen. Vielleicht auch nochmal eine. So. Danach bewegt ihr euch mal dahin. verteidigen. Ja, wobei, wenn das reicht, von der Zeit her mit dem Einnehmen. Ich glaube nämlich nicht. Nicht so sehr. Schauen wir mal. Sollen sie das erstmal bauen. Einnehmen. Und dann rüber. Und ihr auch. Solange wir hier noch genug Unterstützung kriegen, dann bin ich zu viele Truppen verheizend. wir setzen damit. Ist das eigentlich auch noch okay? Na, hier müssen wir jetzt drauf achten. Da müssen wir jetzt wirklich drauf achten. Da ist das so. Wow, was geht denn hier ab? Okay, das war die Schriegucker. Blöde Position. Genau so. Ihr auch. Und ihr solltet auch weg. Auch wenn ihr voll seid. Ihr müsst dann noch durch die Gegner durch. Oh, wie. Einer ist raus. Okay. Interessant. So, schnell nachtanken. Was wir weiter machen können. Und dann müssen wir da noch mal hin. Wobei, er hat das doch sonst gut. Also. Wir brauchen uns doch noch mal. Jetzt nehmen sie das in der Mitte schon wieder weg. Egal. Komm, hopp, hopp, hopp. Mach hin. Hüber da. So, am Ende Wache können wir uns gleich holen. Das ist gut. Ich bin schnell, schnell. Schnell, schnell. Sehr gut, dass wir das Ding da aufgebaut haben. So. Dann hopp mal ein bisschen ran. So. Ja, dann haben wir doch. Sehr gut. Ja, dann können die ja mal da hin. Da hin, da hin, da hin. Sollte die ja da eigentlich ganz gut rauskriegen mit eurer Wache, sobald die da ist. Na? Der Spinner. Der Spinner. Sollte die ja da eigentlich einnehmen. und dann aber auch. So, da ist unsere Bewaffnung. Das ist gut. Können wir auch gleich weitermachen wahrscheinlich. Ah, wir sollen mal ruhig in Reichweite kommen. So, rüber da. Möchte, dass ihr... halt, wie sollt ihr das auch einnehmen? So. Okay, macht das klar. Auch ich. Sehr schön. Sieht gut aus bis hierhin. Minen liegen noch. Das ist die Hauptsache im Moment. Möchte ich, dass ihr hier mal ganz schnell eine legt. Und wenn es das eigentlich gerade nicht wirklich leisten kann. So. Ah, die werfen wir auch schon fleißig stockern. Da kommen sie. Oh. Das ist ein Bunker. Okay. Guck mal schön dran an. Macht mir aber auch nicht schaden. So. Haben sie wieder was zu tun. So. Wollen wir noch mal gucken. Okay. Ist schon wieder dran. Auch. Wie tut das denn not? Okay. Der müsste doch jetzt da sein. Also auch. Ich bin's auch gut. Ach klar. Schau mal an. Macht sie. Tot. Nice. Der war gut. Der war echt gut. Muss man ihm lassen. Tja. Da hab ich jetzt nicht mit gerechnet. Da hab ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Der war nicht schlecht. Naja. Müssen wir durch. Da fahr ich grad ein bisschen bap. Muss ich sagen. So. Werft ihm mal ne Granate wieder. Ich mach das auch. Boom. Das hat aber immerhin noch ein bisschen Schaden gemacht. Ja. Wir werden jetzt einfach hier drüben versuchen den Scheiß zu halten. Weil ich hab keine Lust da immer rüber zu laufen. sehr schön. So jetzt erst mal ein bisschen Munition. Echt einmal. Das ist unser Virus. Wir müssen diese Position einnehmen. So ein paar Schweine. Da haben wir schon selber mit Mino und alles gearbeitet. Pass hier nun selber damit ordentlich. schon dieser Position. So. Wollen wir doch wieder einen runter zum Pillen. Wir sind fit. So können wir ja da noch mal drüben gehen. Die machen das doch locker. Ne, ne. Lassen Sie die Truppe nicht getrennt laufen. Das ist unklug. Das sehen Sie aber ganz schön. Sehr gut. Da ist unser nächster Troop. Ah, jetzt haben sie sich auch durchsetzen können da. Das ist doch auch schön. Schon wieder Pio verloren. Ey, wow. Scheiß Bomben. Alles klar. Weiß ich ja Bescheid. Da werde ich mich jetzt erstmal nicht mehr blicken lassen. Erst einmal. So, werfen wir da was rüber. Warten wir nicht. Wow. Was war jetzt das? So. Alles gut. Da drüben. Da drüben. Schnell. Ich musste mal ganz dringend was tun. ganz, ganz dringend. Ja. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Das soll man auch noch mal verstehen. Aber die anderen machen weiter. Aber sie fetzen da jetzt nicht wieder hinterher. Man ist doch so eine blöde Bombe zu erwischen. Ja, muss man sagen. Respekt. Also das wird er wirklich sehr gut gemacht. Aber jetzt so langsam. Kriegen sie auch ganz schön auf den Arsch. Na, was haben wir da? Boah. Ich denke, da machen wir ganz gut Schaden. Puh, puh, puh. Fäng, fäng, fäng. Reinschließen. So. Einfach mal ran da. So. Ich würde sagen. Da gehen wir mal direkt rüber. Das hätte aber auch weh getan. So, ein Schwein. Ich kann sie doch mal. Guck mal hier. Guck mal da. Guck mal da. Was ist hier? Oh, perfekt. Weiter ballern. Oh Gott, was geht denn hier ab? Guck mal. Guck mal mal. Schnell alle rüberwerfen. Oh. Oh, reicht leider nicht. Reicht leider gerade nicht. Oh, ja. Auf die da. Ah, ha, ha, ha. Aue. Gott. Was kommt denn da alles an? Okay. Uiuiuiui. Ah, jetzt brauchen wir nur noch Oh, 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 wacht, oh, wacht. Die Kammenschweine. Schaffen sie das? Ja, können die Zoll nicht auch wieder kriegen. So, Kommandokampan. Zweiler Treibstoff. 560. Da können wir noch einen holen. Uiuiuiui. Haben die aber... Oh, nee, kann man nicht. Oder? Ja, doch. Dass wir den Treibstoff zusammen haben. Das müsste hinrauen. Ich denke. Ich denke. So. Ja, das mit hinter uns, das ist schon fies. Aber ist jetzt erst mal so. Das ist jetzt erst mal so. So. Einzumalder, das Ding da. Okay. Dann war jetzt alles angeschissen. Interessant. Interessant. Ja. Geht mal gleich wieder zurück und möchte mal wieder heilen. Aue, 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 aue. Naja. So. Mal weiter ballern, genau. So. Ich wette, dass wir da schon wieder irgendwo eine Miene, Bombe oder sonst irgendwas haben. Ganz fiese Taktik ist das. Ganz, ganz fiese Taktik. Wir müssen weiter hier drücken. Und schon. Und schon. Und das Ding da versuchen her zu beschießen. Na, das muss doch nichts. Und auch noch ein bisschen Munition. So, bada, bada, bumm. Aber das ist dann auch schon. Das hält sich noch mit Grenzen. Okay. Dazu. So, wann das jetzt ist. Oh ja. Okay. Oh, schönes Spiel bis hier. So. Das können wir uns wirklich nochmal einleisten. Hm. Noch nichts zu sehen. Auch wieder herangekommen. Wir brauchen noch. Wir sind relativ schnell fertig. Gleich mal weiter. Oh, da ist gleich der Kommando Panther soweit. Befehle bestätigt. Ja. Schauen. Das ist Treibstoff. Komplett. Das ist Treibstoff. Ja. Geiler Deutsch. Treibstoff, der gebraucht wird. Und schon. 560. Das ist doch nicht mal viel. Und sterben wie die Fliegen. So. Bum, 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 bum. Ach, hier. Könnt ihr mal fokussieren. Hup. Mach den weg. Okay. So nicht, mein Freund. So nicht. So. Kurz zurückziehen. Ja. Willst du kämpfen? Okay. Leg dich mit den anderen. So. Wo bleibt jetzt der blöde Panther? Die mit ihren Panzersperren hier, ne? Die mit ihren Panzersperren. Das so mal eben wegmachen. Danke. So. Halt. Halt, 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 halt. Da kommen sie doch schon von der Seite. Da kommen sie doch schon von der Seite. Kamen sie von der Seite. Hm. Da kommen wir ein bisschen ran hier. Ein bisschen ran da. Oh, das sieht doch ganz gut aus, so. So. Äh. Kann das jetzt her? Ach. Ach. Da ist noch ein Bunker. So. Ein. Pisser. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt haben wir den Anus getreten. Ne, ne, ne. Da verpissen wir uns einfach mal. Das ist mir jetzt zu. Hörtlich. Oh, das geht jetzt. Oh, das geht jetzt auf den Arsch. Hahaha. Das hat ihnen jetzt bestimmt weh getan. So. Immer weiter da. Gut. Wie schon. Jetzt noch ein bisschen was zum Wegwadern. Long, long. Jetzt müssen wir auch wieder rankommen. Kann ich immer noch eine Munition holen? Ja. So, nur mal lassen. Und jetzt erstmal hin. Noch. Sehr schön. Oh, Gott. Eine Riesenhorde. Kommt der jetzt eine Riesenhorde angeschissen hat. Oh. Ja, das war ganz gut. Dann hat er sie ganz gut abgeblockt. Äh. Moment. Halt. Mal nachdrehen. Ich will doch schon wieder eine Romme legen oder so. Irgendwas will er doch schon wieder machen. Irgendwas hat er doch schon wieder vor. Das Schweinchen. So. Ja, ein bisschen aufteilen wäre ganz toll. Genau. So. Na. Da muss man weg. Pazan. Ich bin genau gesehen. Jetzt gleich sie getot. So. Ach. So bleibt sie stehen. Deswegen. Deswegen, oder wie. Na. Weg, 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 weg. Einfach nur weg. Ich glaube, das kalt eigentlich nicht uns. Das war, glaube ich, ein Teamkollege. Naja. Ich weiß, egal. Das ist jetzt, wie es ist. So, dann wird auch repariert. So, dann bin ich. Oh, dann bin ich. Oh, dann bin ich. Oh, dann bin ich. Sehr schön. Guck mal, da geht er. Komm. Oh, das kommt doch auch schon wieder alles angeschossen. Was kommt denn nach? Oh, oh, ja, oh, ja. Müssen wir schnell ran. Hey. Wow. Das ist der Druckrat. Oh. Du Schwein. Oh, wir brauchen immer noch Munition, wo ich es gerade sehe. Da haben wir echt noch einen Kopf verloren hier. Ich habe nicht gehofft, dass das so schnell nicht passiert. So, jetzt haben wir aber genug Mund. Ey. Was ist denn da los? Da müssen wir nochmal schnell helfen. Kommt schon. Wir müssen mal schön rauf drauf gehen. Genau. Ah, das sieht doch ganz gut aus. So, was macht ihr da? Die sollten bannern. Ach, muss der jetzt sein. Ah, ah. Sie sind sogar noch in die Luft geflogen. Das sieht doch jetzt gerade ganz gut aus. Müssen wir sie so ein bisschen zurückbrennen, hm? So, Panther. Braucht jetzt auch nicht mal allzu lang. Machen wir uns nochmal einen Pionier. Auf. Na, wie lange hält das Ding durch? Kein Schuss auch wahrscheinlich. Schau. Was ist es? Okay. So, dann schicken wir den mal eben zurück. Oh, ja. Jetzt kommt er. Jetzt tut er kommen. So, alle mal nachrüsten. So. Pudi. Stopp. Das ist schon ganz gut so. Einfach mal so ein bisschen Entdeckung. So. Ran, ran, ran. Mit hier ab. Okay. Schaut, was ist denn da? Warum auch nicht? Gehen wir auch immer mit. Ah, hat er noch versucht, ihn zu retten. Ja, hat er noch versucht, ihn zu retten. Vorne. Noch mal hier hinfahren. Noch mal schnell reparieren. Ja, kriegen wir den? Den kriegen wir noch. Stimmt. Ne. Schade. Ne, 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 mein Freund. Du kommst zu Gornyx. Du kommst zu Gornyx. Jetzt werden wir noch mal gucken. Na, ne. Das ist mir zu eng. Das ist mir zu eng und dadurch zu gefährlich. So, ist das Ding jetzt mal ready? Alles heim soweit? Jo. Zieht gut aus. Wow. Können wir noch mal das Ärger entfahren. Das ist schon weg. Das ging jetzt aber relativ schnell. So. Schauen wir mal. Ja, garantiert schon wieder eine Miene gelegt. Garantiert. Ja, der ist tot. Los, lass hier! Dann wird der mal ganz vorsichtig hier einnehmen. Ja. So. Panther? Panther. Sehr schön. Ich würde sagen, haben sie jetzt fast nur. Die Gegenwart wird aber nicht mehr kommen. Fleisch. Ja, der war genau gesessen. So. Na. Kannst du den mal tot machen? Okay. Das ist noch ein bisschen mehr. Oh, oh, das hat gut gesessen. Das hat gut gesessen. Haben wir ihm ein guter Gesicht gegeben? Oh, hä? Das hat aber nicht noch hier. Schauen wir mal schnell mehr mal hier an. Schauen wir dazu kommen. Oh, 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 oh. Ah, tut das weh. Oh, ha. Wir gehen gleich durch. Scheiße, das zu sollen. Okay. Was denn? Ja. Ich würde sagen, da warten wir noch eben. Bis der fertig ist. Oh, da kommt jetzt irgendwas. Na, jetzt wollen sie aufgeben. Ach. Das wird wohl jetzt nicht mal allzu viel. Kommen. Was auch. Aufgeben wollen sie nicht. Okay. Auer. War schon wieder irgendeine Bombe oder eine Mine oder so? Hm. Irgendwie wollen sie nicht aufgeben, ne? Doch. Da haben sie aufgeheben. Ja, schöne Sache. Die Schlacht wurde gewonnen. Damit haben wir ja wieder ein Spiel gewonnen. Schick, schick. Oha, oha. Da war aber eine Menge verteilt worden. Moment. Wir haben nichts gekriegt. Schwanerei. Ist das gemein. Hm. Den hätte ich sogar gerne gehabt. Schade. Na ja, aber nichtsdestotrotz war das echt ein schönes Spiel. Vor allem die Bombe, die eine. Boah, hat er da viel mit weggehauen. Nicht schlecht. Also das war wirklich brutal. Na komm. Na komm. Hm. Überlebensspeziert. Das ist so, so. Oha. 60 getötet. Nicht schlecht. Kernkampfeinheit. Sturmpioniere. Fünf. Hm. So viele draufgegangen. Na, schade. Geht so. Aber wir sind immerhin am High-Level dran. Das ist doch die Hauptsache. Und wir haben viele Kills gemacht. Ja. Das war trotzdem ziemlich... Boom. Ob man das sieht mit dem Pios. Das hier vielleicht. Oder das. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Auf jeden Fall war das ganz schön bitter. Wow, wow, wow. Da haben die ja auch ganz gut Schaden gemacht. Mit dir auch nicht verloren. Aber es ist auch nicht ganz so... Krass. Oh man. Naja, nichtsdestotrotz. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Spiel. Auf bald. clonier. honors. Auf bald. Auf bald. Auf bald. Auf bald. Auf bald. Auf bald. Vielen Dank.